Warum sollte man gerade dich als Coach auswählen? Warum sollte man dich engagieren? Warum sollte man dich bezahlen? Weil du durch meine Ausbildung in Hypnose etwas ganz Besonderes lernen wirst. Du lernst nicht nur Hypnose, so wie man sich vorstellt als Coach, normalerweise einfach nur langsam reden und die Menschen entspannen sich. Ich zeige dir auch Techniken, die du sonst normalerweise nirgendwo lernst. Ich zeige dir jetzt hier ein Beispiel. Das ist eine Blitzhypnose-Technik, die außergewöhnlich ist. Wenn du eine solche Technik beherrschst, kann erst mal kein Klient sagen, dass du keine Hypnose kannst. Zweitens, alle werden sich sofort wohlfühlen, entspannen, innerhalb Sekunden. Und das ist das, was du deinen Klienten anbieten kannst. Viel Spaß beim Schauen, das sind so ein paar Beispiele von der gleichen Technik. Okay, geht's ja gut, ganz locker machen, einfach mit meinen Füßen zusammen. Okay, ich schau mal nach oben schlafen, los. Der Arm ganz locker lassen, einfach nach oben schauen und schlafen. Los, los. Ich kann nicht einfach sagen, schau mal nach vorne, nach oben machen. Und Mundschlaf, los. Genau, und tiefer. Tief, Atmen, los. Ich zähle von 3 bis 1, bei 1 machst du die Augen, bis frisch und bei 3, 2. Melde dich bei mir für ein konstanzloses Erstgespräch und ich zeige dir alles, was du lernen kannst in Hypnose. Ganz einfach, unkompliziert und schnell. Bis bald.